Hallo Leute und herzlich willkommen zu neuen Hardware News. Hier sind ein paar Änderungen eingeflossen, aber ich will auch nochmal einen kleinen Hinweis dalassen, denn das erste Thema was wir gleich behandeln werden sind die neuen AMD Ryzen Prozessoren, die ja AMD jetzt offiziell terminiert hat für Mitte des Jahres und den neuen Threadripper im Laufe des Jahres. Alle Preise die gleich erwähnt werden in der nächsten News sind allerdings Gerüchte, die sind bei einem Händler aufgetaucht und sollen die aktuellen Listenpreise darstellen, können aber durchaus realistisch sein. Ich will das hier nochmal vorweg nehmen, weil ich es doch tatsächlich vergessen habe in der News direkt anzusagen, man sollte vielleicht ein bisschen länger schlafen, aber jetzt viel Spaß bei der News. AMD hat nun seine neuen Zahlen bekannt gegeben gegenüber der Investoren und damit auch neue Release Daten der neuen Prozessoren Generation, die sich Ryzen 3000 nennen wird. Und hier wird es durchaus interessant, denn man hat gemunkelt, dass die neue Ryzen 3000 Generation schon im April vorgestellt wird, das wurde jetzt seitens AMD allerdings widerlegt. Hier heißt es weiterhin Mitte des Jahres 2019 und da könnte durchaus die Computex am 28. Mai relevant sein, dass man hier endgültig die finalen Prozessoren vorstellt. Und losgehen soll das Ganze ab 99 Dollar und jetzt hergehört schon mit 6 Kernen. Der Ryzen 3300 mit 6 Kern und 3,2 GHz Grundtakt soll bis 4 GHz Boost arbeiten können und das ist durchaus interessant für Budget-PCs, die aber noch einiges leisten sollen. Denn hier könnte man durchaus kleine Maschinen zusammenstellen und durch eine geringe Wärmeabgabe von gerade mal 50 Watt ist das auch noch locker zu kühlen. Gerade Wohnzimmer-PCs oder günstige Zockerrechner sind damit keine Seltenheit mehr. Gehen wir mal zu der nächstgrößeren Variante, der Ryzen 5 3600 und 3600X soll in Zukunft mit 8 Kernen kommen. Also das, was bisher den Ryzen 7 Prozessoren vorbehalten war. Hier wird man auch auf HT setzen, so wie alle anderen Prozessoren auch. Es gibt also keine abgespeckten Prozessoren, die das nicht mehr können, so wie zum Beispiel bei Intel der 9600 und der 9700 i7 Prozessor. Und diese sollen schon für 129 bzw. 178 Dollar auf den Markt kommen. Und hier kriegt man nochmal eine ganze Menge Extra-Leistung für gerade mal 50 Dollar Aufpreis. Alle Preise sind natürlich vor Steuern, aber es ist definitiv eine wahnsinnig gute CPU für viele Gamer, die maximale Leistung haben wollen, ohne viel auszugeben. Dann kommen wir aber zu den interessantesten Prozessoren und das sind die neuen Ryzen 7 Prozessoren. Ryzen 7 3700 und 3700X kommen jeweils mit 12 Kernen und setzen damit schon den neuen Maßstab auf dem Segment der Consumer-CPUs. Momentan hat der Intel für die Consumer-CPUs den 9900K auf dem Markt mit 8 Kernen, aber AMD will da gerne noch was draufsetzen. Der 3700 soll für 299 Dollar kommen und der 3700X für 329 Dollar. Hier wird vor allem im Takt unterschieden, dass der 3700 mit 3,8 GHz Grundbasistakt kommt und der 3700X mit 4,2 GHz. Und da hat man definitiv eine High-End-CPU schon im Rechner für gerade mal knapp 300 Dollar, beziehungsweise plus Steuern. Wir können davon ausgehen so zwischen 340 und 360 Euro. Wer sich allerdings jetzt den absoluten Abschuss gönnen will, der kann auch zur neuen Ryzen 9 Generation greifen. Und hier ist durchaus das interessanteste Modell der 3850X. Dieser kommt mit ganzen 16 Kernen, also das was bisher Threadripper vorbehalten war und 4,3 GHz Grundtakt. Angeblich soll der dann auf 5,1 GHz Boost-Takt laufen, denn damit würde man eventuell sogar in Spiele-Performance die Intel Core i9 Prozessoren in Schach halten können. Angegeben sind die mit 499 Dollar vor Steuern, also das heißt knapp wahrscheinlich 600 Euro und kosten damit genauso viel wie ein 8-Kerner von Intel derzeit. Und da setzt AMD Intel weiterhin kräftig unter Druck. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen Prozessoren. Gerade der neue Chipsatz kommt schon mit dem aktuellsten PCI Express 4.0 Standard. Also hier sind wir auf dem aktuellsten Stand der Technik, können im Grunde genommen Workstations in kleinste PCs reinbauen. Und ja, ich finde das ist der aktuell schönste Teil der Hardware-Entwicklung, den wir momentan haben. Wer allerdings nicht ganz die Finger von maximaler Leistung lassen kann, den sei die neue Threadripper 3000 Generation ans Herz gelegt. Denn auch die kommt im Laufe des Jahres, so wie es AMD momentan angibt. Die basiert auch auf Zen 2 Technologie, genauso wie den neuen Ryzen 3000 Prozessoren und wird damit in 7nm Fertigungsverfahren hergestellt. Das könnte zwei Sachen bedeuten. Entweder wir bekommen einen neuen 32-Kern-Prozessor, so wie der aktuelle 2990WX-Prozessor, aber durchaus eventuell mit einer geringeren Leistungsaufnahme und dazu noch mehr Takt. Oder aber AMD setzt noch einen drauf und macht gleich einen 64-Kern-Prozessor draus mit 128 Threads. Den braucht natürlich kein Privatmensch, aber dürfte durchaus interessant werden, was man aus so einem normalen PC, den man sich zu Hause hinstellen kann, alles so rausholen kann. Aktuell kostet der 32-Kern-Prozessor von AMD knappe 1800 Euro. Zum Intel-Prozessor mit 28 Kern ist das aber immer noch weit unter die Hälfte. Wer sich aktuell einen PC kaufen sollte, sollte unbedingt noch ein wenig warten. Nicht nur, dass die neuen AMD-Prozessoren kommen, wie ja gerade schon beschrieben, zu ziemlich unschlagbaren Preisen für ziemlich viel Leistung und ziemlich viel Kerne. Nein, die Speicherpreise sinken immer weiter. Und damit ist Arbeitsspeicher und SSD-Speicher gemeint. Experten gehen davon aus, dass im Laufe des Jahres 2TB SSD-Speicher gerade mal nur noch 130 Dollar kosten werden. Also das heißt, der Speicher wird erst auf 10 Cent pro Gigabyte runtergehen. Momentan sind wir bei 20 Cent und später im Laufe des Jahres soll er sogar auf 5 Cent runtergehen. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Dasselbe geht für Arbeitsspeicher. Bis zum Mitte des Jahres könnte es durchaus sein, dass der Arbeitsspeicherpreis noch mal um 40 Prozent sinkt. Das heißt, ihr könntet jetzt ein 16-Gigabyte-Kit kaufen für 110 Euro und eventuell dafür bald sogar 32 Gigabyte bekommen, wenn ihr ein bisschen Geld raufpackt. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wartet noch ein wenig ab. Baut euch nicht jetzt einen neuen Rechner zusammen, sondern wartet mal auf den Sommer. Im Sommer wird sowieso immer generell ein bisschen weniger gekauft, weil viel weniger Leute vor dem Rechner sitzen in ihrer Freizeit. Und das Schönste ist auch, Nvidia hat momentan laut Gerüchten die Lager voller Grafikkarten. Warum? Weil die aktuelle Generation zu teuer ist. Man versucht die zwar loszubekommen mit Spielebeigaben wie zum Beispiel Anthem oder Battlefield V, aber irgendwie wird das nicht so ganz anlaufen. Und hier werden demnächst auch zwangsweise die Preise der Grafikkarten fallen. Kommen wir mal noch zu zwei anderen Themen, die auch sehr interessant sind. Denn Glasfaserverbreitung in Deutschland ist für den Arsch. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Laut einer neuen Studie sind zum Beispiel, man hat es direkt auch mit Japan verglichen, in Japan 77% aller Haushalte per Glasfaser ans Internet angeschlossen. In Deutschland sind es, und jetzt herhören, ganze 1,1%. Und das ist eine ganz schön traurige Wahrheit. Und das viel traurigere daran ist noch, daran hat sich die letzten Jahre nicht viel geändert. Ich meine 1,1% ist schon nicht viel, aber die Steigung ist noch viel kleiner. Denn vor ein paar Jahren hatten wir 0,7% aller Haushalte an Glasfaseranschlüssen. Hier wird es also Zeit, langsam wirklich mal Druck zu machen. Denn das Ding ist, so wie es sich momentan herausstellt, den Mobilfunkstandard 5G, der ja momentan in aller Munde ist, den will so nicht wirklich jeder haben. Und das ist nicht verwunderlich, denn hier müsste man eine ganze Menge in Masten investieren. Während LTE, also der 4G-Standard, eine ziemlich weite Reichweite von mehreren Kilometern hat, ist 5G ziemlich kurzwellig. Also das heißt, man bräuchte an vielen einzelnen Häusern einzelne 5G-Sender. Und das ist erstmal ein Haufen Geld. Und das zweite ist einfach noch mehr Funkstrahlen. Davon haben wir ja eigentlich in unserem Alltag schon genug. Und vielen geht das auch viel zu weit. Momentan haben wir in ganz Deutschland 760.000 LTE-Masten. Da kann man sich vorstellen, wie viel man denn für 5G braucht. Momentan geht man von 4 Millionen aus. Und noch eine interessante technische Entwicklung macht USB mit dem USB-Standard 4.0. Der wird noch ein bisschen dauern, bis er endlich auf den Markt kommt. Aber damit ist USB nicht wirklich mehr USB. USB 4.0 wird zwar auf USB-C basieren, das heißt auf dem Anschluss, den wir mittlerweile alle gewöhnt sind durch moderne Smartphones und so weiter. Aber dieser USB-C Anschluss ist ja nicht immer gleich USB 3.1, sondern auch mal USB 2.0 oder auch mal Thunderbolt. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein USB-Gerät an Thunderbolt Anschluss anschließt, ist der nicht kompatibel. Und das will man jetzt mit dem neuesten Anschluss USB 4.0 endlich ändern. Dieser soll dann nämlich alles können. Und zwar unter anderem USB mit 40 Gigabit die Sekunde übertragen können. USB 3.2 aktuell ist bei 10 Gigabit die Sekunde. Unter anderem Geräte genauso wie Thunderbolt 3.0 mit Strom versorgen können. So zum Beispiel, dass man nur noch ein Netzteil für den Monitor hat und damit zum Beispiel sein Notebook gleich aufladen kann. Aber auch gleichzeitig das Bild vom Notebook an den Monitor überträgt. Unter anderem soll natürlich auch Displayport-Funktionalität mit Einzug halten. Aber es wird natürlich noch einige Jahre dauern, bis wir nur noch diesen Standard haben werden. So, jetzt rede ich hier schon eine ganze, ganze Weile. Es war eine ziemlich detaillierte News. Aber ich würde gerne noch so eine kleine Unterkategorie einführen. Viele Leute schicken mir über Twitter einige ihrer Hardware-Konfigurationen und fragen mich explizit danach, ob man da noch was verbessern kann. Ich halte den Namen hier einfach mal anonym. Ich weiß von demjenigen, dass der Maximalpreis seines neuen Rechners zwischen 1700 und 1900 Euro liegen soll. Aber als ich mir die Konfiguration von ihm angeguckt habe, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es gerade ein etwas ungünstiger Zeitpunkt, sich den Rechner zusammenzubauen. Er zum Beispiel will sich hier gerne einen Core i7-9700K in den Rechner bauen. Und da kann ich momentan nur von abraten von der CPU. Intel vermarktet die zwar als Core i7-Prozessoren mit 8 Kernen, aber es ist nicht mehr der klassische Core i7-Prozessor, den ihr noch in der Vorgeneration, also in der 8. Generation bekommen habt. Warum? Die neuen Core i7-Prozessoren beherrschen kein Hyper-Threading mehr. Also das heißt, die virtuelle Kernverdopplung, um den einzelnen Kern besser auslasten zu können, wurde durch Intel deaktiviert. Das war vorher in der Core i5-Reihe der Fall. Des Weiteren sagt er, er würde sich gerne eine MSI GeForce RTX 2060 einbauen mit 6 GB. Und dazu 16 GB Corsair Vengeance DDR4 3000 Speicher. Hier zwei kleine Tipps. Wenn du ein bisschen wartest, also das heißt, bis zur Hälfte des Jahres, bekommst du wahrscheinlich für den Preis, den du aktuell für den Core i7 bezahlen würdest, den 16 Kerner von AMD. Dieser AMD Ryzen-Prozessor in der 3000-Generation wird dann voraussichtlich auch 12 Kerne haben mit 24 Threads. Und da kriegt man auf jeden Fall nochmal wesentlich mehr. Wenn du jetzt nochmal eine wesentliche Stufe runtergehen kannst und du sagst, die reichen 8 Kerne, dann kannst du auch den Ryzen 5 nehmen und bezahlst wahrscheinlich um die 200 Euro. Und hier kommen wir zu einem interessanten Fakt. Denn du sparst da knapp 300 Euro bei der CPU und könntest die obendrauf auf die Grafikkarte packen. Die kostet laut dem aktuellen Shop, die ich hier eingegeben habe, 350 Euro. Und wenn du natürlich bei dem Prozessor 300 Euro sparen könntest, könntest du diese 300 Euro auf die Grafikkarte draufpacken. Und hier bekommst du eine wesentlich leistungsfähigere 2080. Und die haut nochmal einiges raus. Gerade wenn es um Games in 4K und höheren FPS-Zahlen geht. Die Spieleleistung der neuen Ryzen 3000 Prozessoren ist natürlich nicht abzusehen. Deswegen habe ich den einfach mal mit dem aktuellen 2700X verglichen. Und in den allgemeinen Benchmarks liegt er gerade mal 6% hinter dem 9700K. Wir können davon ausgehen, dass die neue Ryzen 3000 Generation definitiv nochmal einige Prozentpunkte an Leistung draufpacken wird. Alleine schon wegen dem höheren Takt. Und das wäre der wesentlich bessere Deal. Außerdem würde ich an deiner Stelle noch ein bisschen abwarten. Denn für den Preis von den aktuellen 116 Euro von dem Arbeitsspeicher bekommst du definitiv in ein paar Monaten fast das Doppelte an Arbeitsspeicher. Und hier können wir dann von 32 GB ausgehen. Wenn du natürlich mit der Kiste hauptsächlich zockst, ist das halt nicht so wichtig. Aber du würdest auf jeden Fall nochmal ein bisschen an Geld einsparen. Dasselbe gilt übrigens für die SSD. Du hast dich hier für eine 860 EVO entschieden. Hier solltest du aber darauf achten. Diese ist nur per SATA 3 angebunden. Das heißt, du hast eine maximale Durchsatzrate von gerade mal 560 MB die Sekunde. Wenn du jetzt allerdings auf eine 970 EVO setzt, hast du nochmal einen richtig schönen Boost. Und nutzt auch dein angestrebtes Mainboard mit dem M2 Slot besser aus. Denn hier kannst du eine Leserate von bis zu 3 GB die Sekunde erreichen und eine Schreibrate von bis zu 1800 MB. Das macht sich zwar nicht gerade im Alltag bemerkbar, aber in Sachen Dateien kopieren und sowas alles machst du einen riesen Schritt nach vorne. Und das ist in deinem Budget generell drin. Generell gebe ich dir noch ein paar kleine Tipps zu dem PC dazu. Du hast hier ein 750 Watt Corsair Netzteil eingetragen. Das wirst du aber für deine zukünftige Hardware kaum ausreizen. Hier empfehle ich dir tatsächlich das 700 Watt BeQuiet Pure Power 11 mit 700 Watt. Das hat zwar 50 Watt weniger, hat aber den Wirkungsgrad 80 plus Gold. Und damit hast du nochmal wesentlich mehr Effizienz als mit einem 80 plus Silber Netzteil. Des Weiteren kann ich BeQuiet generell sehr empfehlen. Die Dinger sind verdammt leise und machen keinen Stress. Jedenfalls habe ich davon schon einige verbaut. Des Weiteren hast du eine 1000 GB Festplatte eingegeben. Meine Empfehlung ist dann aber dazu, statt der 250er SSD unbedingt eine 500 GB SSD zu nehmen, damit du auch einige Spiele darauf installieren kannst. Weil von einer normalen Festplatte, glaub mir, willst du einfach keine Spiele mehr starten. Gerade wenn du dich einmal an die Geschwindigkeit einer SSD gewöhnt hast. Generell habe ich dir nochmal eine Testkonfiguration zusammengestellt. Gerade weil du ja anscheinend Soundfreund bist und dir eine extra Soundkarte reingebaut hast für 83 Euro, kannst du die natürlich auch gerne verwenden. Wenn du jetzt allerdings sagst, na das ist mir nicht so wichtig, sondern ich wusste gar nicht, dass man irgendwie Sound auch Onboard haben kann, denn jedes Mainboard heutzutage hat einen Soundtrip integriert, dann kannst du diese 80 Euro raus rausnehmen und ich würde dir das Upgrade noch in den Arbeitsspeicher empfehlen. Die aktuelle Konfiguration, die ich dir zusammengestellt habe, kommt auf 1831 Euro, ist also genau in deinem Budget zwischen 1700 und 1900 Euro. Und durch die neue Grafikkarte, also die 2080 anstatt der 2060, bekommst du nochmal ein wesentlich leistungsfähigeres System, auch wenn der Prozessor minimal langsamer ist. Wie gesagt, wenn du noch ein bisschen wartest, dann werden die Preise voraussichtlich noch ein bisschen fallen. Die neue AMD Ryzen Generation wird rauskommen, die mal nochmal wesentlich leistungsfähiger ist. Das war die aktuelle Hardware News mit einem kleinen Beratungsteil hinten dran. Dann sagt mal eure Meinung, ob ihr eventuell das weiterhin an der News haben wollt oder vielleicht sogar als extra Format. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kann man ja mal die eine oder andere Konfiguration auseinandernehmen, so ein, zweimal im Monat. So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao. Und da könnte durchaus die Computex im... Gehen wir mal zu der nächstgrößeren Variante, der neue... Gehen wir mal zu der nächstgrößeren Variante, der neue Ryzen 3 Tau... Quatsch. Gehen wir mal zu der... Wer sich jetzt aber den absoluten Abschuss gönnen will, der... Und wird im 7 Nanoma... Und wird damit im 7 Nanometer... Und wird damit im 7 Nanometer Fertigungsverfahren ge... Oh, mein Gott. Und wird damit im 7 Nanometer Fertigungsverfahren ge... Gemacht. Hergestellt. Und wird damit im 7 Nanometer... So wie der aktuelle 2990 WX Prozessor, aber durchaus eventuell mit einer geringeren Energiele... Och, man, ey. Im Vergleich zum Intel Prozessor mit 18 Kernen ist das aber... Im Vergleich zu... Weil viel weniger Leute direkt vor dem Rechner zocken in ihrer Freizeit. So, das war die aktuelle Nerd News mit... Das war die aktuelle Hard New... Ich hab Kraft auf dem Freizeit. über die